Der Berg der Läuterung heißt Kalvaria und auf ihm steht hochragend das Kreuz, jenes Zeichen, das für alle Ewigkeit als der einzige Weg zum Himmel aufgerichtet ist, das Zeichen, das zu klarer Scheidung und Entscheidung auffordert. Als Jesus den Essig gekostet hatte, sagte er, es ist vollbracht und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Die Kirche steht am Fuße des Kreuzes Christi auf dem Kalvarienberg. Versetzen wir uns in die letzten Momente des irdischen Lebens unseres Herrn und Erlösers. Er spricht zu uns. Frau siehe da dein Sohn, Sohn siehe da deine Mutter. Kein anderer Mensch hat sich Gottes Willen so zu eigen gemacht wie die allerseligste Jungfrau. Mir geschehe nach deinem Wort. Von dem Augenblick der Verkündigung bis zur dunkelsten Stunde des Karfreitags war ihr Leben ein einziger Akt der Liebe zu Gott. Ihr Leben war ein einziges Jahr zum Kreuz Jesu. Mich dürstet. Jesus dürstet nach meiner Liebe. Erzwingen kann er sie nicht, denn dann wäre es keine Liebe. Er wählt das Kreuz aus Liebe zu mir, weil er mich bei sich wissen will. Und ich lasse ihn so oft warten. Am Kreuz scheiden sich die Geister. Wir haben gesehen, dass Maria das Kreuz gewählt hat. Wofür entscheiden wir uns? Bekennen wir uns zum Kreuze Christi? Gerade dieses wird in der heutigen Zeit zum Zeichen des Anstoßes. An uns ist es, ein mutiges Bekenntnis abzulegen. Es ist vollbracht. Wie groß ist Gottes Liebe zu uns Menschen. Wie teuer erkauft er uns aus den Fesseln der Sünde. Das ist das erhabene Geheimnis unseres Glaubens, welches wir nicht bis auf den Grund durchleuchten können. Für alle Ewigkeiten ist das Kreuz Christi als einziger Weg zum Himmel aufgerichtet. Es ist das Wahrzeichen der Christenheit geworden. Im Geheimnis des Kreuzes erkennen wir die unendliche Liebe Gottes zu uns. Der Mensch kann sich niemals selber erlösen, auch wenn er es noch so sehr versucht. Aber Gott liebte uns bereits, als wir noch Sünder waren. Er konnte uns nicht verloren gehen lassen und gab deshalb seinen Sohn, dem er alles von sich mitgegeben hat, um uns für sich zu gewinnen. Untertitelung des ZDF, 2020